Wir haben einen wunderschönen guten Tag hier aus dem Pfad von der Telefobietin! Hallo! Wir sind südlich der Halbkugel. Weißt du, was ich mag? An dem gesamten Ort, wo man hier so durchkommt, die haben alle Cock auf dem Auto stehen. Echt? Wir sind jetzt live bis Sonntagmorgen um 12. Und Peter versucht, seine vier Zehen gerade zu lüften. Das ist ein Glück! Eins, zwei, drei, vier! Nein! Du hast einen doppelt gezählt. Wir klopfen mal. Wir gucken mal, ob einer da ist. Ist sogar jemand zu Hause, zufälligerweise. Oh, hey! Was macht ihr denn hier ein? Mensch, der hat mich gesehen. Ja, kommt rein! Ich zeige euch das gerne. Da vorne haben wir die kleine Möglichkeit. Also hier erstmal für die Schuhe. Mega, geil! Ganz wichtig mit einem Flammenwerfer, wollte ich schon sagen. Hier passiert dann die Action nachts. Oh ja! Ja! Wenn ihr wollt. 10 Millionen Euro verkaufen wir das. Und die haben hier ein ganz bestimmtes Konzept. Sind die noch unbenutzt? Bisher sind die noch unbenutzt. Das stimmt nicht. Pinkelnweich. Hier oder da? Da. Dann gehen wir besser da. Dann gucken wir uns mal die andere Toilette vielleicht. Hier ist dann noch die geile Dusche. Die zeige ich euch jetzt einmal und dann seht ihr die nie wieder. Wo wir dann morgens duschen können. Hier ist auch schon eine kleine Wespe am Start. Und von da oben kommt dann auch Wasser. Man kann jetzt hier nicht die Temperatur irgendwie regeln. Guck mal, da ist Ronny der Käfer. Ronny der Käfer. Das ist eine Stinkwanze. Hörst du uns ab? Ja? Ja, ihr Süßen. Oh! Da hast du es doch gerne. Was in die Borst? Guck mal hier jetzt. Jo, Peter! Als ob die bei dir stehen bleiben. Das ist ja wie in der Waschstraße hier. Weißt du, die parken hier und dann... Miep, 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 miep. Oh, du kriegst sogar ein Küsschen. Oh, da kommt der. Hey, du jetzt nicht. Du hast aber mit dem in seiner Native Language gesprochen gerade. Hey! Auf jeden Fall werden wir mit den Kaninchen und so geil schmusen. Und dann kommen wir auf den Grill. Okay, dann gehst du... Oh, hallo! Das darfst du nicht belohnen, das Verhalten, Peter. So, ja? Oh! Oh, stark! Du, 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 du! Erste Challenge geschafft, Peter. Einfach auf Peter werfen. Warum? Der ist aber gefährlich, wenn er hier liegen bleibt und in der Sonne ist, dann wird das Popcorn irgendwann. Dann ploppt das. Ja, ja, nee. Das geht nur mit Eis... So richtig Maiskolben, die du holst. Die musst du dann in Scheiben schneiden. Hab ich mal in irgendeinem YouTube-Video gesehen. Von irgendeinem Möchtegern-Koch. Die Mutter hat mir gerade bei WhatsApp geschrieben, Handys sind im Lager verboten. Deswegen, sorry Mutti. Aber wenn ich mein Handy nicht in die Hand genommen hätte, hätte ich deine Nachricht ja gar nicht lesen können. Ich würde das wirklich... Dass du deiner Mutter vor so vielen Zuschauern widersprichst, finde ich echt krass. Angeblich haben wir einen Fleck auf der Linse. Vielleicht können wir ihn da mal wegmachen. Guck mal eben. Um Gottes Willen, ihr werdet es nur schlimmer machen. Rausspucken. Ihr könnt es nicht. Mit drei Mann sind sie gerade an der Kamera dran. Die sind echt krass. Die haben nur auf uns gewartet. Wo ist der Fleck jetzt? Okay. Niemand hat es gesehen. Es war unter uns, Chat. Um den Fleck kümmern wir uns gleich nochmal. Der scheint wohl echt hartnäckig zu sein. Der Fleck ist immer noch da. Aber guck mal, was für ein schöner Trucker da ist. Oh, Karma KL 200? Alter. Das ist Kenny McCormick, Peter. Wie hier, ne? Wichtig ist vielleicht noch für euch, warum wir da nicht gerade mit einer Kamera auf dem Feld stehen, ist legit, simpel, damit kein Signal. Okay, ich bring mal eine Zucchini mit. Die ist zwar schon ein bisschen angeknabbert. Wie, die ist angeknabbert? Ich hätt gern ein Messer. Du hast doch ein Messer. Na ja, stimmt, ich hatt ein Messer. Nein, lol. Ich hätt gern ein Messer, ey. Aber ich bin nur ganz, ganz kurz hier, denn ich habe hier in meiner linken Hosentasche ein bisschen angeschwitzt, wenn ich ehrlich bin, einen Briefumschlag, auf dem in meiner schönsten Schrift Challenge 1 steht. Oh, der ist aber klein. Was steht da? Yes! Was denn? Hm, was glaubst du bei dem Symbol, was wir machen müssen? Feuer. Ich komme mir vor wie in so einem Cluburlaub ein Buffet gerade. Oh, Christian, jetzt mach doch mal. Der hat sich wieder den Teller so mega vollgemacht. Ja, Mann, ich geh doch zweimal. Das wär wahrscheinlich ganz gut. Christian wird beschissen. Okay, das machen wir nochmal. Alles geht? Ja. Cool, ich kann dann jetzt auch anfangen. Warum? Was war? Hallo, äh, Entschuldigung, Schiedsrichter, Schiedsrichter. Ah, ja. Schiedsrichter. Ist das? Schieds nach. Komm. 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 Ob du schon so weit bist. Was? Hier. Das brennt. Mein Holz. Mein Holz brennt. Das war die, das war die, die Regel. Ich würd sagen, Jay ist... Scheiße, Alter. Da. Das Holzbrett. Ja. Nummer zwei. Wo? Du! Aber mir! Jawohl! Aber das kugelt noch. Peter, brennt gleich den Zaun ab. Peter, wird das eigentlich heiß? Pass auf deine Haare auf, Peter. Scheiße, Alter. Wo ist denn mein Holz hin? Wo ist mein... Ja, wie gesagt, nicht ersticken, gell? Wie gesagt, nicht ersticken, gell? Hier brennt es! Hier brennt es! Hier brennt es! Da kam ich halt nicht mehr dran, weil da alles weg ist. Jetzt... Ich hab kein Holz mehr. Das ist natürlich belastend. Hat man das Feuer ausgemacht? Ja. Fangen wir nochmal von vorne an. Nummer drei. Wuhu! Wuhu! Du hast alles gegeben. Oioioioioi. Ich hab einfach einen Selbstrauch die ganze Zeit. Auf jeden Fall. Vier Feuer brennen. Ach so, dann ist ja der fünfte Platz klar. Das war euer erstes Up-Zeit. Oh! Herzlichen Glückwunsch. Ich hab was gefunden, Jungs! Knoblauch! Knoblauch! Das ist eine fucking Zwiebel. Ja, dann tut mal eine Zwiebel rein. Gott! Okay, Jade, war eine Zwiebel. Guck euch diese Knoblauch an. Ja, aber guck mal, das hat ja so einen langen Stier. Das ist halt aus wie ein Knoblauch. Du hast auch gedacht, das ist Knoblauch. Ich hab das erst mal nicht hinterfragt, weil ich dachte, du kannst das auseinanderhalten. Du hast aber auch nicht gesagt, Mensch, eindeutig ist das eine Zwiebel. Hey, Jade. Ja, wenn ich aufhör. Kannst du mal kommen? Jetzt haben wir einen Lappen. Und jetzt können wir spülen. Ha! 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 Der Glatzkopf in Gießen heißt Jell. Die Natur erleben. Alle stehen da mit ihren Smartphones. Das fühlt sich ... Das ist jetzt wie in so einer Kommune, wo wir hier leben, glaube ich, oder? Teilen wir gleich die Frauen. Wo sind die Frauen? Ach so, muss das dann in der Kommune? Keine Ahnung. Da dreht sich jeder alles. Ich hab noch nie in der Kommune gewohnt. Deswegen kann ich das nicht beantworten. Im Zweifel, Loch ist Loch. Ja. Aber ja, ist ja, optisch nicht perfekt. Ist eher so ein Lämmersport, das sättigt auch vier oder drei Tage. Kleinen, feinen, nicht overhypten Camping-Store. Jetzt gehen wir los. Jetzt will ich's sehen. Jetzt bin ich doch ein bisschen heiler. Darf ich jetzt kommen? Aber ich möchte eh ganz kurz anfangen, hiermit, bevor wir loslegen. Und zwar haben wir diese ... Diese wunderschöne ... Wie viel Punkte? ... Pfadfinder-Campleinwand. Das Design kommt tatsächlich von unserem hauseigenen Designer Ben. Ben? Wir haben einen Designer, der heißt Ben. Wovon anscheinend vier von fünf Leuten wussten. Das sind immer so Leute ... Wir haben übrigens auch das Pizzatein und das Eisnach. Ganz ehrlich, das hier, das ist fucking awesome. Ja, das eine ist fucking awesome. Da bin ich ja froh, dass das eine Sache, das fucking awesome ist. Die Seite wird das vormachen. Und ihr müsst dann zehn von diesen kleinen Stämmen richtig schön in der Mitte durchteilen. Das ist halt, wenn so ein Scheid wegfällt, wenn dann der Zeh offen ist, dann ... Oh! Geht das? Okay, scheint es zu gehen. Oh, das war der Oberschenkel. Du siehst es ganz genau, wo er getroffen hat. Das war ... Alter! Klappt dein Ding, ist auch vorbei. Neun vor neun. Und die Zehn! Mit sechs Stück Kieser drin. Oh, was ist das denn? Da sind zwei Äxte drauf, das sieht man doch. Ich hab mal überhaupt nicht. Oder ... ... improvisiertes Abzeichen oder sowas. Echt? Ich sehe auch. Das könnte ein Stockbett sein. Oh stimmt, das ist ein Bett! Scheiße! Ach so! Ah! Das ist mein Kaufgegenstand. Ich bin damit jetzt auf null Punkte runter. Und ich bin damit zumindest für eine Bestrafung sicher, falls ich was verkacken sollte. In der Tat. Ich weiß aber noch nicht, wenn ich die drücke. Oder ich räume mir daraus ein Paper für Jules, um dann einen Deal zu machen. Ich hab noch eine Frage. Darf ich das eigentlich verkaufen? Für sechs Punkte oder was? Ich muss das echt mal ... Ich geb dir einen Punkt dafür. Ich geb dir einen Punkt dafür. Für alle Eventualitäten planen. Also für alle. Wisst ihr was? So was kannst du komplett über euch entscheiden. Ihr könnt ja mit euren Punkten machen, was ihr möchtet. Wenn ihr untereinander auch irgendwas verdielen wollt, dann ... Weil die Frage wäre ja auch zum Beispiel ... Pass auf! Man könnte ja zum Beispiel sagen, pass auf Peter, wenn deine Gräbeschrafung richtig scheiße ist, dann kriegst du die. Und zwar gibst du mir jetzt drei Punkte. Und morgen ... Ich nehm einen Kredit auf bei dir. Ja. Noch mal. Kredite! Geil! Also das ist mein altes Hemd. Da fehlen leider mittlerweile ein paar Abzeichen, wie man zum Beispiel hier sieht. Oh. Ich hab schon mit meiner Familie Vermutungen angestellt, woran das liegt. Die Theorie ist ... Entehrt. Die wurden abgenommen. Die hat meine Mutter abgenommen. Kratsch! Und bei meiner Schwester drauf gemacht. Mhm. Weil die halt dann länger in den Pfadfindern war. Ja. Einfach so. Ja, hast du mitgemacht. Mit dem volleres Hemd hat quasi ... Mit dem Ehren beschmückt. Und eins haben sie mir nicht genommen. Das ist das Sommerlager 2001 in Dänemark gewesen. Das war cool. War das da, wo du unter der Decke gefappt hast? Nee, das war in Schottland. Das hab ich erst nie. Ach, Schottland. Okay. Ich dachte, in Dänemark war das. Schottland hat er ornamiert. Das hab ich nie. Und das war in Schottland. Das ist okay, Peter. Ach, die Jungs sollten auch Keks wichsen. Was ist denn Keks wichsen? Du legst einen Keks in die Mitte. Dann wichst er drauf. Und der letzte, der darauf kommt, der muss es essen. Das ist die Bestrafung für einen, oder was? Deswegen hat Bram sich die Karte geholt. Das hat Jay schon sehr richtig geraten. Ah. Ich wusste nicht, dass das eine Challenge ist. Wer als erstes und wer als zweites suchen muss. Oh. Okay, Moment. Darf ich kurz die Frage stellen, ob das Verstecken die Challenge ist? Das Verstecken ist die Challenge. Dafür gibt's auch Punkte? Dafür gibt's auch Punkte. Hast du gerade auf den Herzen. Ich bin sehr gespannt, ihr Lieben. Diese Bestrafung haben sich die zweite Reihe und ich zusammen, oder haben wir die zweite Reihe uns ausgedacht. Bin sehr gespannt. Da steckt all der Hass von deinen Mitarbeitern drin. Okay, pass auf. Die ZuschauerInnen dürfen die Bestrafung auf WatchBuddy vorschlagen. Das finde ich schon mal beschissen. Oh. Scheiße. Du siehst aus, du hättest es ganz krass bereuen, diese Strafbude gezogen zu haben. Ganz krass bereuen, dieses Camp zu finanzieren. Warum gebe ich hier für Geld aus? Das ist absolut das Schwachstum gewesen. Wäre schon so ein Ort. Ah, guck mal. Da haben wir Bilder gefunden. Das ist ja belastend. Können wir hier rein filmen? Du kannst ruhig hier warten. Oder möchtest du kurz einmal dahinter filmen? Da ist keiner. Oder doch? Hier sind die Duschen. Da kommen wir gerade nicht durch. Und deswegen drehen wir uns einfach in die Richtung und laufen da wieder zurück. Da wo wir hergekommen sind. Moment, wer fehlt noch? Jonathan, wach? Wann ist das passiert? Oh, das ist doch ganz einfach. Hi Jay. Hast du mich nicht gesehen? Geil. Als wir hier standen. Du hast mich ehrlich gesagt, es gibt einen Clip davon, wie du an mir vorbeiläufst. Ich habe mir den Clip gerade im Handy angeguckt. Ich dachte, du willst dich doch verarschen. Ich habe mich nicht gesehen. Ich habe die ganze Zeit gewartet, dass du mich gleich antippst oder sowas. Ja. Okay. Irgendwas krabbelt gerade über meinen Fuß. Lass mal wieder gehen. Läu. Da. Deswegen muss man aufpassen, wo man hier hin tritt. Wer ist denn eigentlich da am Fall? Sitzt da nur Boris? Oh mein Gott, der liegt einfach hier. Den habe ich gar nicht gesehen. Ich habe jetzt Angst, dass ich nachher so einen peinlichen Moment habe wie Bram. So. Man darf jetzt natürlich nicht den Fehler machen, dass nicht hier einfach noch einer um die Ecke steht. So. Jetzt mache ich den Trick, den Bram gemacht hat. Einmal drüber gucken. Ne. Ich sehe nichts. Okay. Okay. Jetzt traue ich mich mal und gehe da mal nicht noch mal hinter. Der hätte ich ja mitbekommen, wenn er sich hier drin versteckt hätte. Der ist ja auch. Hä? Alter, wenn ich Sepp jetzt gleich wieder gesehen habe in einem Clip. Ich bin doch nicht doof. Hä? Okay, wir gehen jetzt. Wir müssen noch mal in die Zeckengrube da hinten rein. Warum lacht die schon wieder? Alter. Gut, dass ich Brillen auf habe. Okay. Ist da in die Richtung wärmer? Wahrscheinlich. Muss ja. Ne. Die. Die ist wärmer. Ihr Sepp nicht hin. Moment. Alter, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Wie du genau hier rübergeklettert bist. What the fuck. Und ich nur so, scheiße, scheiße, er sieht mich jetzt. What the fuck. Und er guckt hier rüber einfach. Das machen wir jetzt nämlich noch Peters Bestrafung. Ihr habt auf Watchbody, sollen wir kurz warten, bis Sepp da ausmacht. Ich habe das bestimmt mitbekommen. Naja, ist egal. Vor allem das Schlimmste ist, wenn du halt Richtung Kamera guckst, siehst du halt danach gar nichts mehr. Ja, aber so hell ist es im Vergleich zum Rest quasi. Du guckst halt ins Licht. Aber du siehst halt auch selber nichts, weil du durch das Licht der Kamera so sehr geblendet wirst, dass du eigentlich nur Licht siehst. Das ist exakt, das habe ich gerade gesagt. Ja, richtig. Das ist genau das, was Christian meinte. Also ich finde es voll krass, wenn du in die Kamera geguckt hast. Das LED-Licht ist so hell. Ja, danach würde ich es gar nicht sehen. Du machst jetzt so deine Augen. Machst du zehn Liegestütze. Wow. Ich kann gar keine zehn Liegestütze. Oder du singst Himmelblau. Ha! Oh. Lustigerweise habe ich übrigens auch den Text Himmelblau ausgedruckt. Ach, wie lustig. Okay, das finde ich gut. Dann singe ich Himmelblau. Wieso ist der Spitzestock zu Jonathan gewandert? Doch, der Stammes-Häuptling hat dann meistens immer den Stab, oder? Ja. Den Stab oder die Waffe? Den Stab der Führerschaft. Ja. Als ich in Namibia war, haben wir ja Stämme besucht und da haben die Ältesten die Waffen gehabt. Ne, ne AK. Ey? Aber ne AK kriegst du doch an jeder Ecke. Ne, die hatten nicht im Stamm tausend AKs. Nein, ne AK. Ja, und die hatten der Chef... Wann für den Wall-Out-Trip warst du denn? Ne, damit haben die sich von Löwen bewahrt. Vom Möwen? Was ist denn der Chef? Löwen nach Löwen! Vom Möwen? Vom Möwen? Sind die Namibia so? Meins, mein Löwein? Ja, da ist so gestanden. Der Älteste vom Stamm aller... Aber die Ziegen werden halt von Löwen gefressen. Das ist blöd. Das ist so, als wenn dein Geld von einem Löwen gefressen wird. Ey, aber... Genau. Und dann halt... Die erschießen die dann und das Camp hat aber ein großes Interesse daran, dass die nicht die Löwen erschießen. Warum? Weil Löwen sollten nicht erschossen werden. Ja, okay. Aber die könnten den Löwen erschießen und den dann teuer weiterverkaufen. Das ist halt so, als wenn du in einem Zoo jeden Tag einen Apfel erschießen würdest. Irgendwann hast du halt keine mehr und dann ist der Zoo halt uninteressant. Ja, aber warum... Also dann sind ja die armen Ureinwohner, die da wohnen, ja fehl am Platz. Ja, ne, die... What? Ja, ne, weil du ja... Also, im Zoo... Wait, das heißt... ...wennst ja auch keine Leute rein, die da nicht hingehören. Das heißt, damit die Lodges ihre Löwen weitergucken können, müssen leider die Ureinwohner... Die müssen weg. Nein, das Konzept... Sorry Leute, hier ist ein Fehler am Platz, hat Sebastian gesagt. Nein, das Konzept... Das Konzept... Beim Glamping... Das Konzept... Das Konzept... Die halten die ja nicht, die wohnen da. Ja, innerhalb von der Touristenattraktion. Ne, dann ist... Dann ist deren Leben da. Also, das ist... Die leben... Die halten den... Die schneiden auch lange... Die schneiden auch das lange... Wer ist die? Die... Moment, reden wir über die Löwen, oder? Nein, der redet nicht über die Löwen. Okay... Wir reden doch über die Löwen, oder? Nein! Der Fuchs nimmt ja nur eine Lebensgrundlage von diesem kleinen Stück, während der für die Lebensgrundlage des ganz Großen ganz wichtig ist, dass der da ist. Deshalb meinte ich, das ist halt so ein Interessenkonflikt. Ja genau, das ist ein Interessenkonflikt. Das hast aber ganz komisch ausgedrückt, möchte ich mal ganz kurz sagen. Aber... Das ist die Urenwohner als Schuld. Ja, schade. Je nachdem, nach welcher Seite du gehst, wenn du die kapitalistischen Parkbetreiber bist, dann findest du natürlich... Die Kapitalist... Das sind die Tierschützer. Also... Die Kapitalistischen... Die Kapitalistischen Tierschützer. Chat ist jetzt aus. Liebe geht nochmal raus und dann... Feuer mache ich jetzt aus. Ich musste so dringend pinkeln. Ey, es war so dringend. Ich bin Himmelblau. Himmelblau. Schalalala. Weil die Luft war einfach... Guten Morgen. Diese Geräuschkulisse, ne? Innen rum? Boah. Ich hab zwischen zwei Sägewerken geschlafen. Echt? Boah. Boah. Okay, dann können wir jetzt fädern gehen? Ja. Ja! So dann! Mä. Ja, hast du gesehen? Ja, so. Da drauf. Mä. Arbeite. Spring hoch. Arbeite. Hopp. Hier wird sich gleich auf die Seite gelegt. So, ich hoffe, euch hat unsere Kulinarik begeistert, freuen uns über eine Bewertung auf Yelp. Wir waren ja im Golfcam in Kitzbühlen, dann waren die alle schon am singen, dann habe ich das Lied gehört und ich kannte das vorher nicht. Wenn du dann den Leuten sagst, Alter, was ist denn Layla? Und dann guckt dich jeder an, wie so alles wäre. Wie kannst du das nicht mitbekommen? Das ist ein Lied, das ist seit 80 Jahren aktuell auf Platz 1 der deutschen Charts. Wirklich? Ach, das ist von Robin Schulz, das kenne ich das, glaube ich. Wait, das ist von Robin Schulz? Nein. Ist das nicht DJ? Ah, nee, DJ Robin. Nee, warte mal. Peter, setzt du dich jetzt wirklich mit so einem Zettel dahin und so einem Mikro und dann liest du das jetzt ab? Kann ich auch hinstellen. Nein, ich finde das super. Ich will aber ohne Rhythmus, einfach nur so wie er da steht. Ich bin Himmelblau. Warum sollte das im Radio laufen? Ohne Melodie. Ohne Melodie. Ich bin Himmelblau. 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 Schalala. Ich bin Himmelblau. Himmelblau. Schalala. Schalala. Ah, 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 ah. Freitag morgens kurz vor 10. Schalala. Das Wochenende wird extrem. Schalala. Die Punika ist eingepackt. Schalala. Ich bin der geilste Typ heut Nacht. Schalala. Schalala. Und dann schenken wir rein drauf. Du bist schalalala. Himmelblau. Schalala. Ah, 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 ah. Ich bin Himmelblau. Himmelblau. Schalala. Ah, 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 ah. Himmelblau. Himmelblau. Oder Schalala. Himmelblau. Woooo. Yeah. Woooo. Oh, das sieht aus wie ein Lagerfeuer. Ne, ein Zelt. Ach, wir dürfen ein Feuer machen. Das ist ein Lagerfeuer. Unterschlupf bauen. Ja, moin. Brauchen wir einen perfekten Stab, oder was? Nicht verarschen. Was ist denn der denn her? Der liegt einfach direkt hier vorn. Komm schon. Weil das wäre jetzt, guck mal, das wäre jetzt 10 von 10. Also die Säge ist ja ein Hammer. Wie awesome ist das denn bitte? Ja, als wenn es ein Stecksystem wäre von Nikea. Stirb! Ich habe eine kleine Wunde am Bein. Oh. Ich würde mich gerne kurz ein bisschen Wasser drüber laufen lassen. Oh, mit Kohlensäure war das nicht so eine gute Idee. Ich sage mal so. Ich habe das Gefühl, ich habe zu kurz gebaut. Darf ich auch mal eine Sektdusche testen, ob die durchgeht? Ne, bitte nicht. Nicht, okay. Hast du Sekt da? Natur. Ach so. Ey, was macht ihr da? Ksch, 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 ksch. Das ist gut. Die lachen. Digga! Was soll das? Hier, ksch, ksch, raus. Ihr Penner habt da Mais reingetan. Wer hat da Mais reingetan? Rieger Penner? Rieger Penner? Rieger Penner? Wahrscheinlich du. Nein. Hörst du gerade auf die fucking Schaufel hinter deinem Rücken, weil die Kamera da zeigt? Nein, das glaube ich. Die haben ja immer nur so getragen. Du auch, oder? Ksch, ksch, ksch. Typisch wen. In der Seite sieht's super aus. Aber müssten die Stöcke nicht andersrum sein? Boah, da wird erst mal geblamed, ey. Ne, ist jetzt so eine technische Frage, wir wollen ja was lernen hier. Ja. Boah, natürlich, wir flamen erst mal von der Seite. Warte mal auf, ey Mädels, die Buller hat ein Ei legt, guck mal, die hat da richtig schön da schon ihre... Das ist wirklich so, die will ich gerade wirklich... Die hat ja ein richtiges Nest gebaut, die Sau. Also, aber auch hier, das wäre auf jeden Fall schon mal besser, wie einfach nur irgendwo zu schlafen, gell? Das ist ja schon mal gut. Das ist ja jetzt am wenigsten gelohnt. Ja. Neben dem zweiten teilen sich zwei von euch, Jake. Sehr gut, Jake. Sehr gut, Jake. 200 Platz. Silber. Und Chris. Danke. Das heißt aber auch, ihr seid alle drei die Ersten. Nice. Das ist so not right. Okay. Boah, Alter. Die haben ja richtig Bock. Ja, ist doch wurscht. Los, wir können ja mal testen, was ich so kann. Bella, gib laut. Hol die Drohne. Fötchen. 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 Feine Bella. Feine Bella. Herzlich willkommen zu Challenge Nummer vier. Eure Aufgabe ist es, einen Bogen zu schnitzen. Holy fuck. Das ist ja superschwer. Jetzt kommen die jetzt erstmal weg. Was schnitzen wir denn jetzt überhaupt? Also, ihr habt das schon richtig dick erahnt. Ey, das klingt ja am Bogen. Eigentlich nicht. Eigentlich müsste der... Hier ist der schon sehr steif. Töööö. Wieso hast du so einen langen Bogen, Christian? Der hat den einfach noch nicht gekürzt. Weil ich kompensieren muss. Ah ja. Mach ruhig hier. Richtig so. Als wenn du Daumen hoch zeigst. Okay. Und? Okay. Ist schon... Das war ein Fehler. Das war's. Oh oh. Nooo. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich probiere einen B43. Ein einmaliges Modell zum Sonderpreis von 999,99. Mit einer wunderschönen Stahlschnur, wo ein kleiner Draht mit eingebaut ist. Das ist höchste Handwerksqualität. Alle anderen sind Schmutz. Nicht nur, der Pizmeet-Controller ist hier auf diesem wunderschönen und sehr starken Bogen, damit kann man richtig weit schießen, verewigt. Sondern auch natürlich die Playstation-Symbole. Das Kreuz, ein Kreis, ein Dreieck und ein X. Warum hast du ein Kreuz und ein X gemacht? Ist das nicht dasselbe? Du hast doch gerade gesagt, du hättest ein Kreuz und ein X gemacht für die Playstation. Er ist halt auch ein sehr regeläser Typ. Merkt das schon. Ja! Ja! Woo! Insane! Yes! Komm schon. Komm schon, let's go. Ja! Nice. Kann's der Sieger sein, let's do it! Nein, sorry! Das ist, wenn der Pfeil leicht schief reinkommt. Egal. Das heißt, es gibt zwei erste Plätze. Ja, mehr. Und Dennis. Wir können das halt gut vermitteln. Ich kann runterkommen. Dankeschön. Boah! Und heute ist das halt auch schon gemacht. Ja, was war los? Gut, dass wir keine Übungsschlüsse gemacht haben. Bei Rezi und Rosi. Alter! Ich sag mal so, die Technik war entscheidend. Ja, wahrscheinlich. Guck mal, er steht... Alter, wie easy! Da bin ich selber nicht drauf gekommen und hab nicht an mich beliebt. Fünf von fünf. Aber von fünf trifft er jetzt. Da sind ja Footloops drin. Ja, haben wir heute Morgen auch schon gesagt. Gerade so. Ja, ja. Das sieht einfach ultra-stylisch aus. Und jetzt machen die... Alter, die schmecken auch so. Jetzt machen die hier wie hier. Okay, Jules wollte ja noch einmal genau. Der scheißt gerade, Jules. Den kannst du doch nicht beim Kacken. Als ob der gerade kackt? Ja! Hä, was? Ihr Blödschi, geh mal wieder rein. Jeder, höre und lausche. Ich höre und lausche. Einer der anderen drei. Okay. Okay. Oh nein. Wir können sitzen bleiben. Okay, soweit sind wir mal essen. Malt dir ein Tattoo auf den Arm. Oh! Okay, liebe Freunde. Es betrifft das Essen. Und zwar die, ich sag mal, wir drei müssen mit Ofenhandschuhen essen. Ach, du Kacken. Oh mein Gott. Haben wir so viele Ofen an Schuhe? Das ist doch gut. Jetzt aber. Okay. Das ist schön. Ich stimme nicht überein mit dem, was da steht. Was sagst du, Bram? Bist du zufrieden mit dem Ergebnis? Ich würde sagen, also wenn Emma da nicht machen würde, ich würde keinen Unterschied erkennen. Eins, zwei, eins. Drei, zwei, eins, null. Ich bin ehrlich, ein bisschen tut mir das jetzt einfach. Aber ich glaube, das ist so ein Ding, wo man auch richtig schön viel Bauchschmerzen hinterher hat. Oh, nice. Ich wollte nur warten, bis alle fertig sind, bevor ich meinen Strudel mache. Weil ich jetzt 20 Punkte habe und ich als erstes shoppen gehen darf. Aber eigentlich bist du ein Lappen. Super. Was hast du denn? Ich muss den Frühstückstisch decken. Damit kann ich leben. Das heißt, ihr dürft euch alle zurücklegen, während Jay das kommt. Das mache ich sehr, sehr gerne für euch. Ich löse gerne diese 20 Punkte ein. Du bist der Erste, der was holt, oder? Ja. Nee, das stimmt Bram. Ich habe den Reverse-Bestrafungskarte. Aber Bram hat nichts verloren. Noch eine Frage. Wenn der Inhalt aus einer Super-Soca, die nicht mir gehört, mich anspritzt, heißt das automatisch in Reverse? Sobald das passiert ist, dass ich auch berechtigter bin, das Gerät, was den Inhalt, der nicht mir gehört, mir trotzdem anzueignet, weil das Wasser wurde mir auch angeeignet. Ich bin der Meinung, ja. Okay. Boah, mega. Ja, guck mal schneller. Das Ding ist leer. Ein Schuss? Du hast einen Schuss auf uns aufgeschenken. Aber ein Schuss. Aber danach bist du nass. Jules hat kein... Jules hat kein... Oh, Jules. Jules hat kein Mikrofon. Und wie ruhig einfach danach gegriffen hat, ja, ja. Du bist eine dumme Sau. Hast du 24 Stunden? Oh, ich zicke meine Karte und wehre diese Handschuhe ab. J muss das jetzt machen. Oh, iss de Ketchup. Ich mach dich gleich nass. Das ist so bescheuert, damit zu essen. Aber wenn du einmal einen festen Halt hast, geht's. Ich weiß noch, ich hab einmal bei Peter in der Butze, wo wir studiert haben, hab ich bei ihm übernachtet. Also wir quasi zu zweit nebeneinander auf einer Couch. Er in, ich außen. Morgens sind wir wach geworden und dann hat er erzählt, er hat irgendwann nachts einen Krampf im Bein gekriegt. Normalerweise, ne, du springst ja sofort auf und stellst dich hin. Und er sagte, damit er mich nicht weckt, hat er einfach da gelegen und ist ertragen. Oh Gott. Weil ihm das so unangenehm war. Gute Gastgeber und es gibt schlechte Gastgeber. Das ist voll krass. Gastgeber, Gäste. Gehört zu einem guten Pfadfinder-Camp wohl auch eine Schnitzeljagd, hab ich mir sagen lassen. Oh. Cool. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, das ist die allererste Schnitzeljagd, die ich jemals in meinem Leben auf die Beine gestellt habe. Das heißt, das könnte sehr cool oder auch einfach absurd kacke sein. Aktuell Sex. Ja, klar. Das ist für die nächste Channels, das ist Farbensex, kommt da am Ende raus. Und da sind dann... Das ist klar, wir können aufhören. Was ist denn Farbensex? Das ist die Szene von Tina Wild. Jo, in Tina Wild 4, stimmt. Lies mal vor, was da fehlt. Da würde es stehen... Ja, jetzt fällt's komplett auseinander, Emma. Fünf Stunden von Arbeit, einfach mit einem Lüft kaputt gemacht. Als wenn wir das jetzt tun müssen. Was denn? Wie viele Schokolinsen befinden sich in diesem Glas? Dass ich einen Beutel geholt hatte und das Blöde jetzt war... Dass jemand schon welche rauskommt? Dass jemand sich daran trautig bedient hatte. Ich habe das eigentlich in den Kühlschrank meine Tüte gepackt, aber irgendwie waren da meine Sachen dann nachher weg. Unter anderem diese Tüte Schokolinsen. Das ist ja... Das ist eine gute... Jetzt müssen wir raten, wie viele die gegessen wurden. Wir hätten ja trotzdem mal raten, wie viele da hätten drin sein. Okay, pass auf. 400 würde ich auch kommen. Ich schätze mal 300. So aus dem Bauch raus. Es sind in der Tat 300. Es tut mir so leid. Es wäre anders gewesen. Es ist ein bisschen anders aufgebaut gewesen. Wie bist du denn drauf gekommen? Ja. Hast du ernsthaft 300 Dinger davon abgezählt? Ja, klar. Händisch. Und wie geil ist das, dass das jemand weggegessen hat und alles zerstört hat? Das ist so lustig. Jetzt kommt endlich mal eine schwierige Frage tatsächlich. Denn ich möchte von euch wissen, wie viele Campingplätze... Ihr könnt es natürlich schätzen. Aber welche Campingplätze gibt es in Deutschland? 2800 mit 209.000 Stellplätzen. Ist so mein Guest. Mit 209.000 Stellplätzen? Glaub schon. Also... 2100. Ist das eure finale Antwort? Hast du das jetzt wirklich... Ich werde einfach sagen lassen, Drecksack. Das finde ich nicht nett von euch. Behaltet die Antworten für euch. Echt mal, Chad. Bram cheatet. Ich glaube, Bram hat einfach gegoogelt. Ich habe einfach gegoogelt. Weil ich dachte mir, wie soll man das wissen? Das ist ja noch asozialer. Ach so. Aber ich habe es gut versteckt. Ja, ja. Was ist denn das Spongebob-Lagerfeuer-Lied? Setzt euch ans Lagerfeuer. Singt das Lagerfeuer-Lied. Ich habe ja nie Spongebob gesehen. Stopp. Ihr wolltet gerade noch das Scheißen über den Scheißen wieder hören. Weißt du, einer wollte das wahrscheinlich. Boah, wie ging denn nochmal dieses Friendly-Fire-Spiel? Oh, Tiergeräusche nachmachen. Einer musste... Es gibt vier Leute nachmachen, die Lena vorgegeben hat. Genau. Und du durftest quasi nicht wissen, wer gerade die nachmacht. Und die Challenge war herauszufinden, wer gerade die Geräusche macht. Lena hat gesagt, welches Geräusch du gerade machen musst. Genau. Peter, du kannst ja hier sitzen und musst raten. Ja, finde ich gut. Du könntest die vorgeben aus... Du könntest Lena spielen. Ich könnte Lena spielen? Du könntest Lena spielen. Das ist verdammt gut. Das machen wir. Elefant. Das war jetzt kein Ganzen, ne? Jetzt kommt noch mehr. Okay. Okay, das war jetzt. Wie, das war jetzt? Das war ja einfach nur... Ja, das war die Zwei. Du hast dir jetzt dreimal gehört. Das war dünnschiss. Jetzt kommt die Drei. Was ist das denn? Hund. Ah. Da war. Da war Jay. Okay, das war Jay. Was ist das denn für ein Hund? Alter, mal... Alter. Wenn selbst die Regie lacht. Alter. Du kannst die Regie bis hier lachen hören. Okay, du hattest dreimal Hund, Sebastian. Was sind deine... Nein, nein, nein. Ich hatte zweimal Hund und einmal Thermomix oder so. Das Geräusch ist eine AK. War ja großes Thema hier. Es wird noch kurz überlegt, wie man damit am besten umgeht. Man kann ja alle möglichen Geräusche machen, die so eine AK macht, theoretisch. Ende. Was? Das war's. War's das schon? Moment, das war's noch nicht. Das war's noch nicht. Wir sind aber alle ein bisschen verwirrt gerade, ehrlicherweise. Bram! Bram! Oh, Jay. Das hört man am Schnalzen. Ach, der ist aber... Warum war der Zweite so schlecht von ihm? Weil ich das Gleiche nicht nochmal machen wollte. Ach so! Aber Jay wollte, glaub ich, dass du das Gleiche nochmal machst, oder? Hab ich das fehlinterpretiert? Ja, ich wollte, dass du das Gleiche Geräusch nochmal machst, damit der verwirrt ist. Ah! Ich hab ihn auch nicht verstanden. Ich hab nur gesehen, Yoloko! Die Kategorie ist Vogel. Und jetzt! Ich hab noch einen Plan, das ist ein Wesen. Machen wir! Wie? Hab ich manchmal das Einschneiden machen? Das ist ein Wesen. Das ist ein Wesen, das ist ein Wesen, das ist ein Wesen. Da kam der Predator aus dem Wald oder so. Also, letztens musst du dir vielleicht wegdenken. Oh, das hat geholfen. Eins von den beiden Sachen, würde ich sagen. Das ist ein Hahn. Das ist ein Hahn. Und diese Kategorie ist Kröte. Zweite Person macht sich ready. Scheiße, Alter. Das waren die Peanuts, oder? Ja, es ist noch nicht vorbei. Okay. Ich kann nicht helfen. Was ist denn das Ding? Ja, das sag ich jetzt. Chill doch mal. Das hört sich an wie Polly will einen Keks. Das war der zweite. Und als drittes. Das war mit Abstand das Beste. Nee, Sepp, Chris. Und boah, das letzte war super gut. Ich glaube noch mal Sepp. Drei Punkte für dich. Ja, das war richtig gut von dir, Sepp. Was ist es denn? Ja, Alter, chill doch mal dein Leben. Das ist der Spaß. Es ist ein Schaf. Ein Schaf. Das ist schwer. Okay, ich weiß nicht. Okay. Ja, ich dachte. Okay. Hä? Nee, das war noch nicht. Das war noch nicht. Wer wird denn da gerade geknäbelt? What the fuck? Schlundverstopfung, Merlin. Nein, Merlin. Es war noch nicht, Jay. Ach so, okay, okay, okay. Also ich habe auch noch keinen Guess, wer es sein könnte. Ja, Moment, da war gerade ein Try. Ja, ja. Ja, habe ich gehört. Eindeutig. Ja, okay, das war es auch schon. Zeige auf die Person, die als nächstes muss und sage, es geht um den Delfin. Eeeh. Hahaha. Hahaha. Martin da hinten schon anfangs zu lachen. Hahaha. Löwe. Hahaha. What the fuck? Oh, fuck. Oh, what the fuck? Oh, what the fuck? Wir beginnen mit Luca aka Robbe slash Seelöwe. Also, ich weiß nicht ganz hundertprozentig. Also, eine von den beiden. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Das ist mal der Robbe. Und die drei. Oh, 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 oh. Das war drei Mal Jay. Das ist ein Punkt für dich. Oh, hier ist irgendein Tier. Bei Peter in der Hütte ist irgendein Tier. Also, Jay meinte, das wäre an deinem Ding vorbeigelaufen oder reingelaufen. Je nachdem. Ja, guck mal, da bewegt sich ja richtig eine gewalte Kameramannschaft. Was ist das? Was ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Also, Mäuse habe ich hier schon eigentlich. Ich weiß es nicht. Die sind aber sehr klein. Ey. Irgendwann ist da geraschelt. Was ist das? Da hat es geraschelt. Ja. Und du scheißt die Wand an. Da muss ein riesiger Wasp weg. Ach, laber doch keine Scheiße. Was fragt der Mistkäfer, wenn er die Bar betritt? Äh, weiß ich nicht. Entschuldigung, ist dieser Stuhl noch frei? Ein Boomer, der gerne isst. Manfred. Wann gehen wir ins Bett? Der T-Joke hat die meisten Lacher in der Regie geholt. Wow. Lieber habe ich meinen Sohn im Park als Parkinson. Alter, einer da hinten. Von da hinten so. Peter! Nee, aber da lagert er dich. Dein Mikro ist noch an. 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 Boah, das ist ganz schön hell. Nee, ist aus. Ich bin da auf dem Bett. Nee, ich glaube, das sind so Holzstümmel. Ach, da hinten? Nee, das ist auch so ein Holzstück. Oder? I. Boah, ich glaube, ich habe gerade eine Motte getötet. Kannst du mich hören, Sepp? Zwar verzögert, aber ich stehe gerade in der Regie. Es ist niemand da. Ich könnte jetzt ausprobieren, was all die lustigen Knöpfe hier machen. Alter, das Ding sieht ja geil aus. Okay, ich bin überfordert. Ich kann Christian nicht hören. Ich könnte ihn... Natürlich kann ich dich nicht hören. Ich stehe in der Regie. Hier ist eine Box. Ich gucke es mal. Danke schön, Hasi. Und viel Spaß auf dem Spielplatz. Bis später. Bis später, Hasi. Bye-bye, Julius. Du musst auch Bye-bye sagen. Bye-bye, Julius. Witzig ist, er kennt die anderen auch voll gut. Ja, Jay ist sein Liebling. Ja, ja, ja. Ist echt so. Ich verstehe das auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Er sagt auch nicht Pete's meet, sondern Jay, will er gucken. Er tut schon ein bisschen weh im Herzen, muss ich sagen. Vor allen Dingen, wenn der eigene Papa dabei ist. Das ist okay. Er muss mich nicht am tollsten finden. Eigentlich schon. Ich gebe dir auch mal eine Kelle. Dann kannst du mal versuchen, die ... Oh, jo, jo, jo. Nicht auf die Eier. Ja, du bist sofort dabei. Merlin, du bist sofort dabei. Jetzt lass doch mal die ... Oh, jetzt hier direkt vor unseren Augen, dein Ernst. Du kannst gleich sagen. Halb neun. Die Zeit. Ja, am Morgen, ne? Das ist schön beim Essen, weil du hast keine Chance. Das ist ein Liter, oder ... Boah, das weiß ich gerade. Ja, okay, dann wird's halt ein dünner Kaffee, oder nicht. Ist ja nicht mein Problem, wenn ich keinen Kaffee trinke. Die Jungs wollten, dass ich den Tisch decke. Nicht mein Problem. Also, ich versuche natürlich richtig zu machen. Ich mach den einfach so einen richtig starken Kaffee, damit die gleich richtig umspringen. Was habt ihr denn hier gemacht? Ist das nicht zum Hoch- und Runtermachen? Ich wollte Runtermachen. Ach, joh. Ah. Jo, moin. Das war zuwachen. Aua! Jo, moin. Ach so, ich sollte das vielleicht nicht hochhalten. Das macht vielleicht Sinn. Nein, nein. Das ist immer noch komplett klar. Zum Aufhängen ist das ein echt hässliches Bild. Fuck. Deine Mutter ist ein echt hässliches Bild. Echt mal. So, die Kaninchen heißen Hanni, Emma und Kaiserin Carlotta von Möhrenburg. Da sollte ich uns erstmal aufstellen. Aber ganz kurz, in fünf Minuten beginnt die finale Challenge des Pfadfinder-Camps. Okay. Ich glaube, ihr habt es noch in euch. Also, eure erste Aufgabe wird es sein, eure Stärke zu beweisen und diesen Baumstamm möglichst weit zu werfen. Wie ist das mit Übertreten? Muss ich vor der Linie stehen oder darf ich auf der Linie stehen? Nein, nicht drauf. Davor. Deshalb ist das Wackeln da so. Das ist gut. Der wird sich gleich da hinlehnen. Sobald das Ding wackelt, ist Scheiße. Ja. Okay. Ja, moin, Alter. Okay, der war fucking awesome. Wow. Der war... Okay. Metti? Der haben wir gewonnen. Oh! Der ist richtig geil. Rutsch, der hat schon... Ach, du Arke. Nichts zu früh loslassen. Oh Gott. Hammer werfen. Je. Okay. Okay. Das war ein experimenteller, schlechter Versuch. Wenn der höher geworden wäre, wäre das Ding ein richtig guter geworden. Ich glaube, der sah gut aus, ja. Hui. Oh, der war wie der ist. Oh Mann. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Er rollt mal noch. Oh, Mann. Er rollt mal noch. Er wäre nicht so fiesig. Er hat die Leiste, er ist übergetreten. Hab ich nicht gesehen. Was? Wollte ich nur sagen. Habt ihr darauf geachtet? Ich hab drauf geachtet. Natürlich. Ich hoffe, dass die Kamera das auch drauf hatte. Wahrscheinlich nicht. Ich hab's gesehen. Als ob ich übergetreten habe. Hat jemand aufgepasst vom Chat? Ich wollte nicht sagen, aber ich hab trotzdem... Ich hab nur... Es ist eine Competition. Es war übergetreten. Verbindung zum Chat getrennt. Es gibt ein Beweisfoto. Wo ist ein Foto gemacht? Es gibt dann ein Beweisfoto. Er ist ein Beweisfoto gemacht, wo er davor stand, oder was? Nee, in dem Moment, wo er abgeworfen war. Die ist nach vorne geworfen worden. Ich hab's gesehen. Okay, jetzt wird hier auch noch mit solchen Mitteln gespielt. Nee, wird nicht mit solchen Mitteln gespielt. Es war übergetreten. Der Chat ist keine Hilfe. Hast du mir geholt. Es sind 9,52 Meter. Oh. 52. Wie viel warst du? 10 Meter irgendwas. Ich glaub, sie war auch über 10 Meter, ne? Naja. Also reicht mir. 10,27 Meter. Moment. Bella, komm auf. Bella ist jetzt noch zusätzliches Hindernis. Auf die Plätze. Fertig. Los. Wow. Wie unfair war das denn? Schatz. Du musst noch... Genau. Dann ist da wirklich... Wie schult sich ein Appler. Da lacht der Schrasti einfach. Ich hab mit so einem Handkantenschlag abchoppe. Okay. Okay. Okay für mich. Das möchte ich sehen. So. Beide Füße in jedes Feld. Ja. Sehr gut. Stopp. Nice. Auf die Plätze. Fertig. Los. Wer macht das öfter? Der sieht schon ein bisschen aus wie Valuici, oder? Ja. Der war auch schon Dynamik dahinter. Hä? Hier, das Feld. Ah, zurück, zurück, zurück. Zweite Füße in das Erste. Hab ich doch. Ja, jetzt. Hier hast du mich. Beide Füße. Hier, hier, hier. Zurück, zurück. Beide Füße rein. Ja. Naja. Jay hat da ganz genau... Stopp. 1,15. Zack. Was? Was wolltest du denn schaffen? Ich bin schneller als ich. Keine Ahnung. Ich wollte, dass ich hier das nicht verkacke. Fast eine Minute. Ja, okay. Hast du doch nicht. Boah, Schwungmasse. Aber nicht hingefallen. War ja gut. Ja. Ich muss ja sägen. Ja, Klettfuss los. Jedes Feld mit beiden Füßen. Ja, ja. 1,2. So. Sehr gut. Aua. Okay. Beide Füße. Stopp. Yeah. Nice. Oh Gott. Ja, genau. Deine Mutter ist auch so schwer. Wenn du hier willst. Kannst du mein Handy dann Christian geben? Stopp. Auch schnell. Und? Wenn du da vorüber gehst. Boah. Mega. Stopp. Das war auch schnell. Das war auch schnell, ja. Gut gemacht. Wie war die Zeit? Einen Wahnsinn. Boah. Das ist ja nett. Aber ich weiß, die stinken wahrscheinlich wie Sau. Ja, ich muss meine Hand abhacken. Voll ist die Säge. Oh, die Säge. Eure Aufgabe ist es, über die Slackline zu laufen. Ihr habt hier unten die Slackline, um euch drauf zu stellen. Aha. Obere, um euch drauf zu halten. Geht ruhig rein. Darf ich mal als kleiner Mensch kurz fragen, komm ich da dran? Ich komm dran. Der Jay kommt easy dran. Da ist auch gar kein großes Wackeln. Doch, jetzt hat er... Das ist auch schön, der Bauchrauschstrec-Simulator. Nice. Nice one. Und Emma war auch dabei. Bisher möchte ich jetzt reinspringen. Ich will mal gucken, wie tief das ist, wenn man da reinspringt. Oh, du testest es? Ja, ich hab da extra Gummistiefel an. Boah. Shit, Junge. Hol die schönste Tief. Halt. Ich hoffe, deine Gummistiefel bekommst du noch mal mit raus. Also, die Tiefe ist nicht so schlimm. Alter Finne, stinkt das. Ja. Ihr seht schon, dass wir da oben ein bisschen was aufgebaut haben. Und zwar wird es eine Wasserschlacht geben. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Ey, nicht überall. Es ist ja ausquetscht. Du musst abwerfen. Du musst abwerfen. Du musst abwerfen. Du musst abwerfen aus Quetschen. Es ist nicht ausquetschen, der Laut. Warte, warte. Warte, warte. Ja, abwerfen. Hallo, schön. Du kannst doch auch immer mich schicken, wenn du willst. Scheiße, Mann. Warte, ich weiß nicht, ob ich auch auf Camera bin. Das ist ja irgendwo aus. Wieso schießt das Ding nicht? Nein, der schießt nicht. Ja, weil er schießt auch nicht so. Nein, der schießt auch nicht so. Nein, der schießt nicht. Nein, der schießt nicht. Nein, der schießt nicht. Nein, der schießt nicht. Nein, der schießt nicht so. Eie. Ich würde mich auch noch nicht vergessen. Willi, ich beschütze dich. Der ist ja immer wieder zu stimmeln. Okay. Damit endet dieser unendlich lange Stream, der uns und euch, hoffentlich, extrem viel Schlaf gemacht hat. Der uns und euch, hoffentlich, extrem viel Schlaf gemacht hat. Das ist von der Familie aufgebaut worden, vor zwei Jahren. Ihr könnt jetzt selbst vorbeikommen. Danke, dass ihr dabei wart, danke, dass ihr eingeschaltet habt und euch jetzt noch einen wunderschönen Sonntag. Bis dahin, haut rein. Tschüss.